Auf Platz 4 haben wir Mario Kart DS. Ich meine, dieses Spiel ist ein mega gutes Spiel und es macht so viel Spaß, es ist einfach so gesehen das beste Spiel, da kann Double Dash und Mario Kart 8 Deluxe einfach einpacken, ich meine, look at it, es ist wunderschön, es ist das beste, das beste Spiel, Mario Kart DS, Mario Kart DS, ich kann das überall und das nur zu Recht, denn das Spiel ist best. Ich meine, wisst ihr was, fuck it, wieso sollen wir das Spiel auf Platz 4 machen, tun wir es einfach so voll auf Platz 1, ich meine, es ist auf jeden Fall verdient, dieses Spiel, es ist traumhaft, alle, die das Spiel nie gespielt haben, die wissen nicht mehr, was Videospiel für Griff ist, ja, das Spiel ist das beste und alle, die es nicht spielen, sind schlecht.